ich versprechen gott 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 ok ich gehe lieber glaube ich zuerst mit dem schatten kind weil der ist glaube ich der das bringt bei ihm nichts wenn 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Du kommst rüber, du gehst weiter Komm, komm, komm Du willst wenigstens den Checkpoint bekommen Was ist hier los? Nein, 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 das brauchen wir Explodier halt Gott, ist der jetzt nah Oh Gott, wie schwarz der ist Das ist ja kein Lila mehr Ist doch nicht wahr, ja, ja. Ist doch nicht wahr, ja, ja. Warum ist der jetzt so weit unten? Ach, halt das Spiel mit Leid mit mir. Oh, Dankeschön. Das bringt mir aber nichts. Oh nein, 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 nein. Falsche Position, das war schlecht. Hoffentlich reicht das. Okay. Das hat gereicht. Ich hab, ich hab gedrückt. Ja, ich hab gedrückt. Okay. Ich versteh's nicht. Aber immer beim zweiten. Immer beim zweiten. Hier. Ja, jetzt wollen die mich noch verarschen. Ja, kommt. Jetzt machen die alles nach der Reihe. Also, bei dem müsste zuerst der gehen. Immer. Immer. Das ist einfach am besten, wenn der zuerst geht. Und bei denen muss der zuerst gehen. Und der kommt dann hinterher. Komm, 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 komm. Hä? So, was soll ich jetzt machen? Achso. Na ja, bleib nur unten. Habe ich's jetzt geschafft? Oh nein. Oder? Weg. Oh, was ist das für ein Turm? Da müssen wir jetzt rein? Okay. Aber jetzt leider nicht mehr, sondern das nächste Mal. Jetzt machen wir weiter mit Mario Kart 8. Also, jetzt geht der Bosskampf weiter, was ich nicht glaube. Nö, nö. Das war's jetzt. Genau. Super. Gut, endlich. Gelecke. Das war strengend. Gut. So, dala. Gut. Da machen wir jetzt eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann gleich bei Mario Kart 8 mit der Zicke, falls ich dann mitmachen will. Und wir sehen uns dann gleich bei Mario Kart 8 mit der Zicke, falls ich dann mitmachen will. Und wir sehen uns dann gleich bei Mario Kart 8 mit der Zicke. Und wir sehen uns dann bei Mario Kart 8 mit der Zicke. Und wir sehen uns dann bei Mario Kart 8 mit der Zicke.